ja hallo und willkommen zurück bei maincraft let's play ja und ihr wieder euer john meyers ja wo sind wir stehen geblieben ich glaube es war tag draußen nein es wurde schon wieder nacht und dann sind wir rein okay ich habe jetzt noch ein bisschen holzkohle herstellen das ist gut was können wir eigentlich gleich machen ein bisschen auf die suche gehen ob wir irgendwo noch etwas finden wir graben uns doch mal in diese richtung durch sollten jetzt auf alle fläche schauen das ist so schnell wie möglich und irgendwo platz suchen indem wir oder wo wir uns eine schönere hütte bauen können ja und ich könnte eigentlich gleich mal reich nicht für mehrere kisten ja gut da ist noch eine stickies kann heute nicht auch gleich wieder welche machen dann weiter machen wir uns ein paar hier ja Eisen haben wir auch schon ja das ist jetzt die solche planloses umeinander schlagen und dann wir haben wir hier eine facke wieder anbringen ja können jetzt eigentlich mal die monster ausmachen und mal schauen wir finden mehr irgendwo ja genau das möchte ich jetzt auch machen ach obwohl klassen wir sie an und schon ein bisschen ich hoffe ihr seht dann alles auch bei der aufnahme so da haben wir eigentlich schon geschaut und da war jetzt eigentlich nicht allzu viel Entschuldigung da haben wir einen Skeletor und einen ja ist gut Achtung ganz schnell weg hier doch zu gefährlich und da gut cool nichts keine rüstung Wir sind jetzt in der Hütte. Das bescheidenes Heil. Wir schauen einfach da noch, ob wir doch noch etwas an den Schatz finden können. Ich mache gleich mal einen Stack oder zwei Stacks brennen. Spinnen sind sehr gut wegen der Spinnenseite. Da ist er. Eine. Eine Spinnenseite. Gut. Nein, zwei. Das ist gut. Dann kann man hier eine Mühle bauen. Angebaut man so. Dann können wir morgen Fische fangen. Es gibt Zeit Fisch zu essen. Fisch. Mahlzeit. Genau. Gut. Gut. So, dann schauen wir mal. Ja, lassen wir den noch ein bisschen. Habe ich alles? Ja. Dann reißen wir da noch ein bisschen raus. Gut. Ja, lasst du noch eins. Dann können wir mal. Dann schauen wir mal. Ja, das ist ein bisschen raus. Vielen Dank. Moment mal, ich muss mal schnell etwas deaktivieren. Und weiter geht's. Oh, das liegt nicht. Ja, das wäre jetzt cool, wenn wir die Schafe hätten. Besser gesagt, die Wollifanschaben, und damit könnten wir dann schon mal ein Bett bauen und den Nächte einfach bestellen. So, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Und dann kann ich das noch ein bisschen kommen. Und dann kann ich das noch ein bisschen kommen. Und dann kann ich das noch mal sehen. Ja, dann... ... die andere Farbe nicht... ... dann nochmal... ... die Strennen... ... aus und rein... ... dann... ... ja... ... dann... ... hat den Geschlecht noch nicht... ... dann wieder die Farbbacke... ... dann lassen wir das jetzt mal... ... hier... ... und... ... ich gehe nochmal... ... die Farbe... ... so... ... so... ... so... ... so... ... so... ... ok... ... so... ... 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